Hallo meine Lieben, ich habe einen neuen Jugendbuch-Tipp für euch. Und zwar hatte ich euch das Buch schon mal in irgendeinem anderen Video von mir auch gezeigt und habe euch auch gesagt, dass mich das Cover total erinnert an Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, und ich glaube, das war auch so der erste Grund, warum ich überhaupt auf dieses Buch gestoßen bin. Also ich habe dieses Cover so gesehen und ich weiß nicht, es hat mich einfach an dieses andere Buch so erinnert. Und dann habe ich mir die Kurzbeschreibung durchgelesen, habe gedacht, das könnte voll was für mich sein und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Ja, ich rede von Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat. Geschrieben wurde es von Gavin Extens und so sieht es aus. Und wenn ihr es jetzt seht, werdet ihr vielleicht auch sagen, ja stimmt, das erinnert mich auch an dieses andere Buch. Ich kann euch aber schon sagen, es hat überhaupt nichts mit dem Buch von John Green zu tun. Es ist ein total anderes Thema, aber es ist mindestens genauso gut. Obwohl es total anders ist, auch vom Schreibstil her und so. Also ihr könnt es überhaupt nicht vergleichen. Ja, es geht in diesem Buch um das unerhörte Leben des Alex Woods und ich habe in meiner schriftlichen Rezension geschrieben, so unerhört ist dieses Leben gar nicht. Nicht nur deshalb, weil ich die Geschichte gar nicht so unerhört fand, sondern auch deshalb, weil ich ja die Worte von Alex Woods gehört habe. Und somit ist sein Leben gehört von mir und nicht mehr unerhört. Und das kann man, oder das habe ich eigentlich aber erst gemerkt, als ich das Buch dann am Ende geschlossen habe. Und ja, worum geht's? Also Alex Woods ist ein Jugendlicher, der eigentlich jetzt schon ein bisschen älter ist, der aber am Anfang der Geschichte so ein bisschen rückwirkend erzählt, was ihm vor ein paar Jahren passiert ist. Denn da ist ein Meteorit auf das Haus seiner Mutter gefallen und dieser Meteorit hat ihn am Kopf getroffen. Jetzt denkt ihr vielleicht so, wie ich am Anfang auch gedacht habe, so, hä, Meteorit aus dem Weltall trifft ihn so am Kopf. Und ja, ist das Buch Fantasy oder wie, ne? So hat das irgendwas total mit Astronomie und sowas zu tun? Ist das überhaupt irgendwie ein Buch dann für mich? Also ich fand das irgendwie am Anfang so ein bisschen verwunderlich. Ja, also als ich halt diese Stelle gelesen habe mit den Meteoriten und so und seitdem ist Alex Woods krank und zwar leidet er an Epilepsie. Und er erklärt sich das so, dass durch diesen Meteorit halt so ein bisschen Meteoritenstaub in sein Gehirn gekommen ist. Hört sich jetzt voll crazy irgendwie an. Fand ich auch, aber ich fand es total gut und ich habe Alex Woods wirklich von Anfang an total in mein Herz geschlossen, weil er so ein Junge ist, der sehr viel über das Leben nachdenkt und über die Welt und über das Universum und über viele Dinge nachdenkt, über die auch ich mir Gedanken mache. Und das habe ich euch schon ganz oft in ganz vielen Videos gesagt, dass ich so ein totaler Denkmensch bin und dass ich eigentlich viele Dinge auch bestimmt oftmals kaputt denke. Aber deswegen war mir Alex Woods irgendwie so sympathisch. Ja, und jetzt ist es so, er leidet wie gesagt an Epilepsie und in der Schule wird er natürlich auch gehänselt und so zieht sich sehr zurück und zieht sich sehr in die Welt von Büchern. Und es gibt einen Autor, ich wollte mir den Namen noch aufschreiben und ich habe es vergessen, jetzt komme ich auch nicht mehr auf diesen Titel von dem Buch, um das es da ab und zu geht. Ich glaube, das war irgendwie Karl vonnegut oder so ähnlich, das ist so ein Buch, um das es sehr viel in diesem Buch geht und ich habe hinterher auch mal gegoogelt bei Amazon, mal so geguckt und so, dieses Buch gibt es auch wirklich, das ist also nicht fiktiv oder so. Und ich hatte immer so, zwischendurch hatte ich echt so das Gefühl, ich will dieses Buch auch lesen, um das es da geht, weil Alex Woods halt so viel von diesem Buch erzählt. Und naja, also er stürzt sich so ins Lesen, um vielleicht so ein bisschen Abstand zu kriegen von der realen Welt, die ihm im Moment nicht so gut tut. Und irgendwann lernt er durch einen Zufall einen älteren Herrn kennen. Es ist jetzt sehr peinlich, weil auch den Namen habe ich jetzt vergessen, ihr wisst ja immer so, boah, Schall und Rauch und so und es ist schon ungefähr drei Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe gerade nachgeguckt, Mr. Peterson, so, den lernt er kennen, so ein älterer, ich sag mal schrulliger Mann, der auch sehr introvertiert lebt, sag ich mal und auch sehr abgeschottet und so und die beiden lernen sich halt kennen und freunden sich an. Und ja, diese Mischung aus dieser Freundschaft zwischen den beiden und dieser Leidenschaft zum Lesen, aus dieser Mischung entsteht eine Idee in Alex Kopf, die er dann verwirklicht. Und ich fand diese Idee total schön. Er macht dann da etwas, womit auch andere Menschen zu tun haben. Ich werde es euch natürlich nicht verraten, ihr müsst dieses Buch ja selber lesen. Und ich fand die Idee aber total klasse. Und irgendwann nimmt die Geschichte eine Wende und am Ende hat mich das Buch an ein anderes Buch erinnert, das ich euch jetzt aber leider nicht verraten kann, weil sonst wüsstet ihr, worauf diese Geschichte hinausläuft. Und natürlich, wisst ihr, möchte ich euch das nicht erzählen. Und das Buch hat mich traurig zurückgelassen, gleichzeitig aber auch hoffnungsvoll. Das ist ja oft so, wenn Bücher am Ende ganz traurig sind, dass man da auch wirklich Rotz und Wasser vielleicht holt und so, dann schöpft man trotzdem aus diesem vermeintlich Negativen irgendwas Positives für sich selber. Und diese Botschaft, die das Buch bei mir hinterlassen hat, hat auch noch einige Zeit nachgewirkt. Ich kann es euch nicht erzählen. Ich möchte immer am liebsten wirklich so erzählen, so, ja, ne, aber dann würde ich alles verraten und das will ich halt nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass mich das Buch wirklich von der ersten Seite angepackt hat. Und ich habe auch ganz oft bei Facebook immer zwischendurch so Zwischenstatements abgegeben. Habe auch immer so geschrieben, boah, ich liebe den voll, den Alex Woods. Und das ist doch bis zum Ende so geblieben. Das hat sich also nicht geändert. Und, ja, und deswegen habe ich das Buch natürlich auch so berührt, weil mich einfach der Protagonist so berührt hat. Und weil er mich da getroffen hat, wo der Autor wahrscheinlich sich auch wünscht, seine Leser zu treffen, nämlich im Herzen. Ich kann euch dieses Buch ans Herz legen. Merkt euch den Titel, guckt euch das Cover nochmal an und, ja, dann lest das Buch einfach und seid genauso begeistert. Und wartet mal ab, ob das Leben von Alex Woods wirklich so unerhört ist, wie der Titel es sagt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss!